Ich bin Adram Springer, Knorr Chef. Ich liebe mein Essen auf einem lokalen Markt, insbesondere Vegetables. Daher bekomme ich die Stenable-Drohn-Vegetables. Stenable ist auch sehr wichtig für Knorr. Darum ist Knorr in Partnerschaften mit Farnern die beste Qualität. Lass uns einen Blick auf unsere Farn in Deutschland sehen. Die Firma Steinecke hat ungefähr 70 Mitarbeiter und wir beschäftigen uns seit 1921 mit der Trocknung von Gemüsen und Kräutern. Nachhaltige Landwirtschaft ist für uns von sehr hoher Bedeutung, weil wir dadurch die Zukunft unserer Kinder sichern. Nur eine Pflanze, die den richtigen Aufwuchs kriegt, wird eine anständige Pflanze und mundet dann auch am besten. Ich denke, es war sehr wichtig, dass wir heute hierher kommen und ein paar Zeit mit den Farnern zusammen spenden. Wir haben das Gefühl, dass wir die gleiche Passion haben und wir können für Stunden sprechen über die Rezepte und die Ingredienste. Ich denke, es war eine großartige Erfahrung. Ich denke, es war ein sehr wichtig, und warte Zeit für die Rezepte. Es war eine Pflanze, die wir in der Zeit,